Okay. Erzählen Sie was ich mit dir mache. Also, ich hatte zwei Zahlen. Da und nicht der Seite, die mich sehr gestört haben. Und dann habe ich bei meiner besten Kollegin gesehen, dass sie die Zähne aufgefüllt hat. Das hat mir sehr gefallen. Und dann habe ich nach ihrem Zahlenaus gefragt und habe einen Termin vereinbart. Wie lange hat es gedauert? Ein Monat. Nein. Die Füllung. Aha! Ähm, etwa eine halbe Stunde. Und dann habe ich es gedauert. Und was hat sie vorher besonders gestört? Die Zahnlücke, genau. Beim Lachen. Ich habe nie gelacht. Was waren denn die Ursachen für die Zahnlücke? Mit der Natur. Ja, womit hat sie sie nämlich geschlagen? Sie hat die zwei Zähne vergessen zu vermeiden. Richtig. Genau. Es waren zwei Zapfenzähne. Passiert ziemlich oft. Und wie fühlen Sie sich jetzt damit? Sehr gut. Und ich lache in jedem Spiegel und zehn. Das sehr gut. Würden Sie es wieder machen? Ja, auf jeden Fall. Gut. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.